Willkommen zurück zu Artworld Apes Exodus! Ein total durchgeknallter Scrap und ich bin tot. Was habe ich mir dabei jetzt gedacht? Ja, folgendermaßen, wir haben rechts noch ein Schloss und mit dem Brunnen können wir hin und her springen. Können ihn damit also verarschen, aber da ist ganz schön schnell der Gute. Was tun wir also hier? Ich versuche es mal wieder auf die Weise. Chiboum! Und ich renne mal. Ohohohohoho! Da habe ich nichts davon. Verdammt. Hm, eine Theorie hätte ich noch. Wenn wir uns hangeln, da kann uns der Blitz auch nicht so treffen, oder? Mal ausprobieren. Vielleicht hilft Frieden. Ja, tatsächlich, der antwortet. Auf jeden Fall sind wir erstmal hier. Oh, war das schlau? Oh, jetzt scheiße! Ohohoho, wir waren doch schon in Rettung. Wir waren doch schon in Sicherheit. Hm. Aber okay. Damit weiß ich, dass ich länger rechts bleiben kann. Naja, fest. Nochmal fest. Nochmal fest. Und jetzt schnell sein. Schnell sein. Nicht abspasten. Wir werden uns nach oben rechts retten und dann warten, bis er nach links jumpt und dann... Äh, naja. Ob der Plan so gut ist. Habe ich eine Wahl? Nein! Boah! Leute! Also erstmal hier hin. So, und ich bin nicht da. Ich warte jetzt, bis du dich verziehst, mein Freund. Na, wie ist es so ohne Arme, ohne Augen? Und tschüss, Mann. Oh, geil verarscht. Na gut. Jetzt haben wir immerhin beide Schlösser. Und das war's. Und tschüss, Mann. Hahaha. Jetzt war's dir wieder runtergefallen. Da hätte ich aber nicht so lachen können. Okay, damit hätte ich alle Kammern, oder? Kann ich damit schon ins Nest? Ihr wisst schon. Wenn man alle Kammern hat... Okay. Sorry. Sind wir eher noch lange nicht so weit. Okay. Was war denn hier? Ach du... Na gut. Das war, glaube ich, ganz erträglich noch. Ja, was soll das? Ich mach mich einfach mal in den Vordergrund. Und dann gucken wir mal. Ja, ist klar, was jetzt passiert. Oh, toll. Gehst du weg nach links oder rechts oder irgendwas? Das ist aber keine Unsichtbarkeit, ne? Warum mach ich jetzt Quick Save? Ich bin tot. Das war mein Todesurteil. Oh, du sollst in den Brunnen springen! Man kann im Lauf in den Brunnen springen, Leute. Das muss man aber echt drauf haben. Dann sonst läuft man vorbei. So wie ich eben. Kommst du doch mal her, bitte? Wir können doch einfach weiterlaufen. Hey! Ich bin fällig! Ich hätte mich da unten retten können. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Ja, wirklich. Ich werde davonrennen. Vor meinen Problemen. Vor der Welt. Na? Na? Gibst du her, mein kleines? Na gut. Bin ich hier beruhigt. Okay, Leute. Und dann... Was ist los? Ich bin umzingelt. Hier ist niemand. Oh, Mann. Ich bin tot. Nein, kein Quick Save. Du wirst doch sicher weggehen, nicht wahr? Weil du weißt doch... Und tschüss, Mann. Wow, es hat geklappt. Immerhin bin ich jetzt halbwegs in Sicherheit und so. Ach, du liebes bisschen. Oh, tschüss. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Aber so war also gut, Leute. Sieht aus, als könnten wir noch das Nest bewundern in diesem Part. Mir scheint es kein Secret zu geben. Heilung! Boah, wie lange brauchst du, um in den Brunnen zu springen, Mann? Okay, wir haben beides aktiviert und damit ab durch die Mitte. Das Nest war auch schon in Edward 1. Es gibt ein Paramide Nest und ein Scrap Nest. Da geht es ganz schön zur Sache. Man muss rennen, bis die Schwarte kracht. Das wird, glaube ich, diesmal auch noch ein bisschen mit Flietjes und Unsichtbarkeit und so. Aber das ist ganz episch eigentlich. Wir haben jetzt alles abgeschlossen. Coole Sache! Oh ja, oh ja. Ein symbolischer Scrap im Hintergrund. Ja, ja. Gut, Leute. Nee, wirklich. Also, jetzt kommt das Nest. Das tut man immer so gerne auf Anhieb schaffen. Hat auch saugeile Musik. Wir teleportern diesmal das Ganze. Wollt ihr mich umbringen? Ja, genau. Genau, genau das wollen sie. Wow. Gleich geht's los. Oh mein Gott. Ja, wie soll ich das riechen? Ja, okay. Ich habe es ja gesehen aus dem Hintergrund. Ich habe es nur nicht gespeichert in meinem Spatzenhirn. Okay, okay. Kein Problem. Quicksave, sei Dank. Rollen! Weiter rollen. Flietjes! Ach du liebes bisschen. Oh mein Gott. Ist halt ja eigentlich noch zu retten. Sorry, aber das muss sein. Ach ja. Der schön gemütliche Hintergrund. Na toll. Okay, mach mal. Oh. Alter! Was soll ich tun? Haha, jetzt hast du dir so gedacht was. Aber es sieht nicht gut aus, was ich da mache. Ich falle nämlich. Ich falle. OMG. Ein Slug. Das ist der Ausgang. Vier Schlüssel. Der Slug. Die Hunde fressen mich. Was suchen die eigentlich hier? Who let the dogs out? Okay, lass mal das. Kein Problem. Da haben die einen Speicherpump gesetzt. Nicht schlecht. Ach du. Heidi und Sleek. Oh Gott, ich weiß, was das ist. Wir müssen den Sleek schnell übernehmen. Und dann die Slugs abknallen da. Hi. Hi. Okay, ich beschütze dich. Kommt her. Wow, das war echt viel Zeug. Aber das sind noch Fleetsches. Die kann ich doch nicht abknallen. Also rein theoretisch schon. OMG. Ey, brett dich. Da sind Fleetsches, Mann. Das war schon der letzte Treffer, Mann. Unsichtbarkeit. Oh mein Gott. Na gut, unsichtbar macht mich nicht weg, ne? Also, ihr versteht? Scheiße. Ah, Mann. Da hätte ich es fast geschafft. Ich war gut dabei. Oh Mann, Sleeks, ey. Was suchen die hier? Ich mach mich ein bisschen nach hinten. Da kann der Sleek besser ballern. Komm, beeil dich, Mann. Keine Zeit für lange Redungen. Redbillen. Tschüss, Mann. Yeah. Wenn wir das alles haben, fällt der Fleetsch ab, glaube ich. Noch jemand? Nein, scheinbar nicht. Beeil dich, Ape. Unsichtbarkeit und leicht benutzen. Hilfe! Muss ich wohl eher schreien. Ach du, was ist los? Okay, wir beeilen uns lieber. Hi, mein Freund. Ich kann nicht widerstehen. Hehehehe. Hehehehe. Okay, Flieges, Achtung. Mann, geh die Tür auf! Oh, da geht die scheiß Tür nicht auf! Ist es hier zum Durchdrehen oder was ist das hier gerade? Ich war doch so von Erfolg geprägt gerade. Muss den ganzen Schmarrn wieder machen. Denk an QuickSafe, mein kleiner Freund. Okay, beeil dich lieber. Weil das sieht gerade nicht gut aus, zeitlich, glaube ich. Du bist aufgefressen. Hehehehe. Haben wir gelacht. Huah! Tschüss, Mann! Kann ich glauben, dass es alles war. Wir machen hier mal QuickSafe. So. Ape. Mein Freund, Ren. Was das Zeug hergibt. Wow. Wenn wir die drei Schlösser fertig haben, machen wir einen QuickSafe. Ich muss erstmal... Ne? Ist klar. Okay, jetzt sollten wir uns wirklich beeilen. Ich muss dem trotzdem eine verpassen. Steht so im Vertrag. Und immer so. Derbe knapp, Leute. Derbe knapp, Leute. Okay, diesmal werden wir das jetzt... dümmer anstellen als hier zuvor. Und wenn wir hier ausmächeln, dann haben wir hier eine Chance. Und tschüss, Mann! Seid ihr aber, Noobs, ihr kriegt nicht mit den alten Modaken da. Hehehehe. Okay. Dann würde ich vorschlagen. Fünf Modakens. Yay! Einfach mal so geschenkt. Kaum zu glauben. Wir alle. Okay, okay, okay. Ach so, Schlaf. Schlafsäbel. Aber nicht so arg wie das letzte Mal. Übrigens sehen wir immer noch so unsichtbar aus, hey. Hoffentlich bleibt das nicht jetzt die ganze Zeit. Sieht ja eklig aus. Wir sind so halb unsichtbar durch die Tür gegangen und behalten diese Form gerade bei. Das ist ein Bug. Das sieht ja derbe aus. Ich meine, er sieht nicht gesund aus. Ein bisschen unsichtbar ist er. Ja. Hardrock. Okay, durch die Tür und sei wieder normal, Alter. Ich habe keinen Bock, das ganze, ganze Rest vom Abenteuer mit dir so durchzuspielen. Und? Sei normal. Ey, das sieht immer noch so aus. Was? Was? Da habe ich keinen Bock drauf. Abbruch. Ne, ohne Scheiß. Was soll der Quatsch? Jetzt sind wir wieder hier. Alter, ich werde das Spiel neu laden und so. Ach, bin ich jetzt im nächsten Tempel direkt? Oh. Tatsächlich? Oh, tatsächlich. Das gibt es nicht. Ich speichere jetzt ab und gucke, ob das weg ist, live mit euch. Das gibt es doch nicht sowas. Ja, ja, speichern. Das darf nicht wahr sein. Ich mache verlassen einfach. Dass es wirklich weg ist. Also, oh, boah, bitte. Bitte nicht so ein Kram. Da werde ich aggro. Yo. Yo. Das will ich nicht sehen. Lad. Beilig. Hinsetzen, Klappe halten. Ja, ja. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Hey. Ich bete zu Gott, dass Ape wieder normal aussieht. Wir können nicht das Rest des Abbräts so. Och, er sieht wieder normal aus. Hm. Ich überlege. Nee, Leute. Den nächsten Tempel. Den sehen wir dann ab dem nächsten Part. Also, Leute. Bis dann und ciao mit einem normalen Ape. Jetzt ist er normal. Ciao.